Hey, einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Es ist 17 Uhr, ich glaube, wir haben den Großteil des Tages schon hinter uns. Wir haben uns eine kleine Pause verdient. Wir haben uns auch generell mal eine Pause verdient, ihr und ich. Ja, wir sehen uns hier immer im Chat so nebenbei, hier WOW und links und rechts. Und wir machen so viel beruflich und das ist alles immer so effizient und so professionell. Und ihr wisst genau, was ihr in den Chat schreiben sollt und ich mache hier mein Ding. Und es ist so kalt geworden irgendwie in letzter Zeit, finde ich. Vom Klima her, es ist kalt, das Wetter ist geworden, unsere Beziehung ist so ein bisschen kalt geworden. Deswegen lasst uns doch heute mal einfach mal wieder zusammensetzen und ein bisschen quatschen. Einfach ein bisschen privat, ein bisschen persönlich, einfach mal wieder sich ein bisschen kennenlernen. Nicht immer hier, ah, Herr Dr. Fleming F., ah, ja, Fenris TV, Dr. Meat, sondern einfach mal so, hey, ich bin der Flori. Ja, wir kommen heute einfach mal zusammen. Und was gibt es besser, um Leute wirklich mal kennenzulernen und sich mal richtig schön so ein bisschen zu unterhalten, als eine schöne Tasse Kaffee. Hm. Hm. Großartig. Großartig. Ich habe es hier schon im Chat gelesen, Florentin ist doch kein Kaffeetrinker und das stimmt natürlich. Ich bin kein Kaffeetrinker und da kamen die Jungs und Mädels von Chibo Black & White auf mich zu und haben gesagt, Florentin, du bist ein nahezu perfekter Mensch. Wir haben keine Notes. Wir haben keine Verbesserungsvorschläge. Eigentlich ist alles super, aber ich glaube, Kaffee würde dir gut tun. Und ich habe gesagt, ich bin kein Kaffeetrinker, werde es vielleicht nie sein, aber Chibo Black & White hat sich bereit erklärt, mit mir diesen Weg zu gehen. Und manchmal braucht man ja im Leben auch Leute, die einem eine Tür aufmachen. Und deswegen habe ich dieses Experiment gestartet, unter dem noch sehr unbeliebten Arbeitstitel Schlürf, Schlürf, dass wir hier immer wieder zusammenkommen. Und ich versuche gemeinsam mit euch zusammen so ein bisschen in die Welt des Kaffees einzutauchen. Und ich sage mal, es ist ein Weg, aber mittlerweile gefällt es mir schon. Ich stand an einer Kaffeemaschine, schön mit den Kollegen, schön ein bisschen geschnackt, schön ein bisschen, ah, hier, ähm, Smalltalk mit, äh, guck mal hier, und der, und was ist eigentlich da los? Und so, das war schon mal sehr schön. Und ich glaube, wir können uns auch hier mal schön zusammensetzen. Ich hoffe, ihr habt euch auch eine schöne, brühend heiße Tasse, äh, gemacht. Damit wir hier zusammenkommen. Und ich sage mal so, Leute. Lästererlaubnis erteilt. Okay? Hier ist keine lästerfreie Zone. Wir können hier mal wirklich vom Leder ziehen. Ja? Also jetzt hier darf gelästert werden. Ich will den Klatsch. Ich will den Tratsch. Ich will alles hören. Ihr könnt hier schön alles, alles zu mir bringen. Ich will den neuen heißen Scheiß hören. Ich will alles hören. Ich bin ein bisschen out of date. Muss ich sagen, was ist eigentlich, äh, ja, was genau, was ist mit Stefan? Was ist mit Monika? Was ist mit Ruben? Habt ihr das von Alex gehört? Habt ihr das von Alex gehört? Der ist ja komplett nach der Arbeit, ist ja komplett in den Gulli gefallen und in eine komplette Parallelwelt gefallen, wo alle Menschen falschrum auf der Decke laufen. Und er war der Einzige, der noch normal unten gelaufen ist. Er ist quasi auf den Wolken gelaufen in der unterirdischen Welt. Also verrückt, sage ich dir. Verrückt. Und deswegen kam er ja am Montag auch zu spät, ne? Ja, von wegen krank gewesen. Nee, nee, der war in der Gulli-Welt unterirdisch, war der unterwegs und er wollte es nur niemandem sagen. Ja, bei dem ist es nämlich peinlich, weil als er letztens, nämlich beim Betriebsausflug vom Kanu gefallen ist, ähm, halten ihn alle für einen Tollpatsch. Und er will unbedingt beweisen, dass er kein Tollpatsch ist, deswegen will er nicht sagen, dass er eigentlich in den Gulli gefallen ist. Das ist wirklich auch wieder so typisch Alex. Also wirklich, hm. Aber die ist so typisch Alex, ne? Also wirklich, der kann auch seine Schwächen nicht zugeben, finde ich. Also ich finde das wirklich blöd. Ich finde das, das hat auch, also ich finde das wirkt auch wie eine gewisse Schwäche, wenn man seine Schwächen einfach nicht zugeben kann. Wenn man nicht einfach sagen kann, ja, ich bin halt ein Tollpatsch, ja, ich fall halt zweimal am Tag die Treppe runter, ja, ich bin schon mal im Auto umgefallen, ähm, und ja, ich bin schon mal in ein Auto gefallen, ja, ich bin schon mal in einer Rolltreppe hängen geblieben. Wie letztens, habt ihr es mitbekommen, Rebecca? Rebecca war ja, ähm, schön einkaufen. Rebecca ist ja jetzt wieder, ähm, mit Carsten zusammen, ja, also offiziell nicht, ja, aber, naja, ich sag mal so, waren zusammen einkaufen, Rebecca und Carsten. Und dann, ähm, ist Rebecca auf die falsche Rolltreppe gegangen. Die Rolltreppe, die denen entgegengekommen ist und Carsten auf die normal hoch und Rebecca war das so peinlich, dass sie auf die falsche Rolltreppe gegangen ist, dass sie trotzdem noch die falsche Rolltreppe hochlaufen wollte, ja, und dann ist sie gerannt und gerannt, aber die Rolltreppe ist immer wieder runtergekommen und sie ist gelaufen und gelaufen und sie hat immer wieder ein Stück geschafft, aber dann war sie so außer Atem, dass sie wieder ein Stück zurückgefallen ist. Und Carsten währenddessen, ey, Rebecca, du kannst einfach, ich bekomme immer einfach die andere Rolltreppe so, aber Rebecca, ne, auch die kann das auch nicht, ne, die kann auch ihre Schwächen nicht zugeben und dann rennt die, rennt die, rennt da die Leute über den Haufen, völlig außer Atem, komplett verschwitzt und dann hat sie extra nochmal den, ähm, Alarm gezogen, weil es ihr zu peinlich war, zuzugeben, dass sie auf die falsche Rolltreppe gegangen ist. Also, ich weiß ja auch nicht, was diese Leute machen. Also, ich finde es wirklich Quatsch. Also, muss ich ehrlich sagen, ich finde, ähm, ich bin jemand, der gibt seine Schwächen sehr, 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 sehr gerne zu. Zu viel sogar vielleicht. Ich habe viele Schwächen. Ich bin zum Beispiel zu ordentlich. Also, zu ordentlich. Ja, manchmal denke ich mir, ach Mensch, du verbringst schon wieder so viel Zeit damit, so ordentlich zu sein. Oder ich bin manchmal zu ehrgeizig auch. Das ist ein großes Problem. Oder ich bin zu aufmerksam. Mir fallen oft zu viele Dinge auf, ehrlich gesagt. Also, ich bin schon sehr, sehr, ähm, offen, was meine Schwächen und Nachteile angeht. Was ist los mit euch? Felix, the lucky one mit Prime Sub. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Felix, hast du das mitbekommen mit Carsten? Hast du das mitbekommen mit Carsten, dass er noch im Supermarkt auf der Rolltreppe Schluss gemacht hat mit Rebecca? Rebecca. Rebecca hat den, den Notausknopf gedrückt. Alles ist stehen geblieben. Alle, alle sind umgefallen. Auf der Rolltreppe voller Leute. Alle sind schlagartig umgefallen. Viele, viele Verletzungen. Die meisten sind direkt mit den Zähnen auf die Rolltreppenstufen, äh, drauf gefallen. Alle Zähne, die ausgeschlagen wurden, klimperten Stück für Stück die komplette Rolltreppe hoch. Dann hat, äh, Rebecca die Rolltreppe wieder angemacht. Die Rolltreppe lief weiter, wodurch die ganzen ausgeschlagenen Zähne, alle klimper, klimper, klomper, die ganze Zeit wieder hoch und wieder zurückgefahren wurden. Mit einem Perpetuum mobile von verfallenen, teilweise noch blutig geschlagenen Zähnen. Und alle geguckt, wo ist mein Zahn, wo ist mein Zahn, wo ist mein Zahn, wussten nicht, welche Zähne ihnen gehören. Haben dann irgendwelche Zähne aufgesammelt. Krankenwagen kam, riesen Ding, wurden ins Krankenhaus gefahren und den meisten wurden einfach die falschen Zähne eingesetzt. Ja, muss man tatsächlich auch sagen. Die kamen danach raus und die sahen wie so ein Bild, wo man so die Streifen verzieht. Wo dann so ein Froschkopf so einen Bärenbauch hat. Und so sahen die alle aus. Völlig die falschen Zähne hatten die drin. Ja, aber gut, was willst du machen? Was willst du machen, ne? Als Notarzt, da hast du so einen Beutel voller Zähne und dann hast du zehn Leute und dann musst du die Zähne den Leuten zuorten. Kannst du ja auch nicht machen. Also da kannst du ja nichts machen. Was willst du denn da machen? Was willst du denn da machen? Da kannst du ja nichts machen, ne? Da machst du nichts, ne? Da machst du nichts, Leute. Da machst du nichts. So, wer hat hier schöne Gerüchte? Wer hat hier schöne Gerüchte? Ich finde die phonetische Seite des Kaffeegenusses nicht zu vernachlässigen. Brühen, rösten, schlürfen, aufsetzen, runterlassen. Alles Top-Worte. Ja, brühen, rösten finde ich auch. Und das ist ja das Tolle, ne? Also man ist ja so, gerade bei Chibo Black & White, die ganze Bohne. Da kriegst du ja die ganze Bohne direkt so mal. Da gibst du ja nicht hier nur irgendwie so Pulver oder die Reste. Du kriegst die ganze Bohne ins Gesicht und merkst erst mal, was du da eigentlich trinkst. Das ist wirklich eine Pflanze, die kommt irgendwo her. Ich habe extra nachgeguckt, ich habe extra recherchiert und ich habe rausgefunden, dass die irgendwo herkommt, aus anderen Ländern teilweise. Kommen die her, dann werden die schön geröstet, dann kommt da nochmal das Röstaroma raus. Also so eine Bohne hat ja einen kompletten Lebensweg hinter sich. Das ist ja quasi eine erwachsene Bohne. Die hat ja Dinge gesehen, die hat ja schon Dinge erlebt, die ist ja wirklich voll und kernig. Also zum Beispiel, das ist ja auch so ein Ding. Ich glaube einfach, dass, also wenn wir Menschen essen würden, glaube ich würden ältere Menschen besser schmecken. Weil die schon so richtig, die haben wirklich was in sich aufgesaugt, in sich aufgenommen. So wie so ein Wurstsalat, der schon mal eine ganze Nacht im Kühlschrank stand. Der sich so richtig mit dem Zwiebelsaft aufgesaugt hat und die Wurst so richtig durchwurstet ist. Und dann auch nochmal so schön richtig die Gewürzgurke, so richtig schön nochmal sich die Säfte ausgetauscht und geteilt haben. Das ist eine richtige Körpersaft-Belange der, der verschiedenen Elemente, die da drin sind. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie Kaffee entsteht. Aber es schmeckt gut, es schmeckt gut. Ich gebe zu, ich gebe zu, dass aktuell Milch noch eine unterstützende Rolle spielt. Ich habe noch die Milchzähne drin, was meine Kaffeereise angeht. Ich habe noch die Milchstützräder an, was meine Kaffeereise angeht. Man muss sich da natürlich auch so ein bisschen heranentwickeln, erstmal so ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Tradition. Man kommt auch zusammen. Ich finde ja sowieso, heiße Getränke sind eine ganz fantastische Sache. Sie zwingen einen so ein bisschen, Geschwindigkeit runterzufahren. Ja, also ihr kennt das natürlich, ich bin ein Hochgeschwindigkeitsmensch. Ich brauche immer schön, ich ballere mir schön die Getränke rein, möglichst kalt, möglichst schnell, möglichst mit Hochdruck mir die Kehle hinuntergepresst, damit ich möglichst direkt wieder weiterkommen kann zum Kunden, zu den Dokumenten, schön nochmal Außendienst, Außentermin nochmal schön hin, Dr. Kawasaki nochmal schön da reingehen, nochmal die Präse vorbereiten. Ihr kennt mich, ich habe einfach ein bewegtes Leben, das ist klar. Aber manchmal muss man sich auch ein bisschen zurücklehnen. Und einfach gerade bei dem Wetter, es ist kalt, es ist nieselig, es wird unangenehm, es ist dunkel. Man hat keine Ahnung, welche Tageszeit es ist. Ich war heute beim Supermarkt um 13 Uhr und habe schon guten Abend gesagt, schönen Abend noch, weil es schon dunkel war und ich mir dachte, okay, es verschwimmt einfach ineinander. Und um ehrlich zu sein, meistens beim Supermarkt ist es einfach komplettes Glück, ob ich das Richtige sage oder nicht, wenn ich mich verabschiede. Es ist einfach Glück. Es hat mittlerweile überhaupt keine Anhaltspunkte und irgendwas mehr. Manchmal ist es schönen Abend noch, schönen Tag noch, schönen Feiertag, frohe Weihnachten, schönes Thanksgiving, random einfach irgendwas, weil ich in dem Moment so froh bin, dass die soziale Interaktion vorbei ist, dass ich komplett meine gesamte Konzentration sinken lasse und dann, oh scheiße, da kommt ja noch die Verabschiedung, schönen, ah, äh, morgen noch, ah, es ist 22 Uhr. Fuck. Es ist einfach random. Es ist komplett random. Heiße Tränke laden zum Verweilen ein. Seewil, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Seewil 1899. Seewil ist 124 Jahre alt. Aber manchmal muss man 124 Jahre alt werden, um solche Weisheiten zu lernen. Heiße Getränke laden zum Verweilen ein. Und ist das nicht ein schönes Stichwort für diese zweite Jahreshälfte? Verweilen. Einfach mal verweilen. Sich einfach mal zur Ruhe setzen und auch einfach mal die Weile, Weile sein lassen. Einfach mal die Zeit umrühren, ja, wie mit so einem schönen Löffel, wo wir unseren Kaffee umrühren. Die Zeit einfach mal nur rühren. Gar nicht immer Zeitstrahl, geradeaus, X-Achse, sondern einfach mal rühren. Die Zeit einfach mal rumrühren. Einfach mal diese herrlichen Wirbel von Kaffee und Milch sich entfalten lassen, sich ihre Formen lassen, finden lassen. Es sind unendlich Bilder, die da entstehen können. Und gemeinsam rühren wir die Zeit einfach mal so ein bisschen um. Gar nicht, um voranzukommen, sondern einfach, um diese Zeit in sich selbst auch einfach mal wirken zu lassen. Und das habe ich auch mit Kaffee gelernt, die Geduld. Du brauchst eine gewisse Geduld, ja. Es ist nicht einfach so, Kühlschrank auf, los geht's, sondern du brauchst die Geduld. Denn gute Dinge wollen ziehen, wollen brühen, wollen tropfen. Ich weiß nicht genau, was in der Kaffeemaschine passiert, um 100% ehrlich zu sein. Aber ich weiß nur, wenn man Gutes reintut, kommt Gutes raus. Und das Beste, was man seiner Kaffeemaschine antun kann, ist natürlich Chibo Black & White. Nämlich hier unterstützen und mich auf diese Reise geschickt haben und mich begleiten. Dass es schön ist, es immer schön, einen guten Freund an der Hand zu haben. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen bei Chibo Black & White, wo es immer ganz fantastische Angebote gibt, wo man immer sich alles nochmal durchlesen kann, wofür das alles steht, was sie so machen den ganzen Tag. Und da findet ihr natürlich auch alles in meinem Stream. Unter meinem Stream findet ihr ein Panel. Da könnt ihr auch nochmal nachgucken. Falls ihr sagt, Mensch, das ist eine Reise von herber Trinkkraft, die ich gerne auch miterleben möchte. Die ich gerne auch machen möchte. Weil gemeinsam reist es sich doch am Ende einfach am besten. Das ist klar. So, hier sind wir schön. Chibo Black & White. Ganz fantastischer Kaffee, auch für Einsteiger. Sehr, sehr schön. Und quasi der beste Kaffee, den ich mir als Einstieg hätte vorstellen können. Und es wird eine Reise auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Werde ich ein ernsterer Mensch dadurch? Werde ich ein Mensch, der sich mehr Zeit nimmt? Werde ich erwachsener dadurch natürlich? Früher war natürlich Kaffee immer schön das Getränk der Erwachsenen. Es gab dann irgendwann auch so die Jugendlichen, die angefangen haben, Kaffee zu trinken. Vielleicht ist jetzt meine Phase gekommen, wo ich auch zum Erwachsenenalter heranreife. Ja. Ansonsten muss ich sagen, wo wir gerade bei Einkaufen waren. Ich war halt auch heute einkaufen. Und ich glaube, ich bin nie ein so gnadenloser Mensch, wie wenn ich einkaufen gehe. Weil natürlich, Leute, ganz klar. Wir wissen, man sollte Menschen nicht an ihrem Aussehen bewerten. Weiß jeder. Ganz klar. Man sollte Menschen nicht einfach mit einem Blick in Schubladen einsortieren. Ganz klar. Sind wir uns alle einig, weiß jeder. Jeder Mensch hat schon Urteile über Menschen gefällt, sie dann besser kennengelernt und gemerkt, wow, ich lag komplett falsch. Wow, ich habe die Komplexität und Tiefgründigkeit dieses Menschen total unterschätzt. Und das, was ich so ganz schnell weggewischt und abgehakt habe, entwickelt sich eigentlich als wunderbare, vieldimensionale Zauberwelt, die eine menschliche Persönlichkeit sein kann. Absolut. Aber an der Supermarktkasse bin ich gnadenlos. Wenn ich auf zwei Supermarktkassen zulaufe, dann schaue ich mir die Kassierer an und ich bin gnadenlos. Ich denke mir, der ist schwach. Der ist schwach. Der ist langsam. Der ist unzuverlässig. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht einfach um Leben und Tod. Und ich bin, glaube ich, wirklich nie so grausam, wie wenn ich an der Supermarktkasse bin und einfach weiß, es geht hier um dreieinhalb Minuten meiner Zeit, die einfach jetzt verloren sein können. Es stehen jetzt gerade dreieinhalb Minuten meiner Zeit auf dem Spiel, die verloren sein können, wenn ich jetzt einfach zu dem Schwachen, zur Schwachen Kasse gehe. Wenn ich einfach zur Schwachen Kasse gehe, wo jemand langsam ist, weil es gibt unfassbare Unterschiede zwischen Kassierergeschwindigkeiten. Es ist wirklich Tag und Nacht. Es gibt einen Riesenunterschied. Und die meisten Leute machen nämlich den Fehler, wenn sie an die Kasse gehen, dann bewerten sie die Schlange. Aber das ist ein Fehler. Das ist einfach ein Fehler. Man darf niemals die Schlange bewerten. Man muss immer den Kassierer bewerten. Und wenn da so ein Kassierer ist, der so... Biep! Biep! Gehört das noch Ihnen? Ja. Biep! Weißt du, auch wenn da nur zwei Leute stehen, das dauert noch eine Stunde. Wohingegen, wenn du wirklich so diese menschlichen Maschinen hast, die das da einfach durchballern, die einfach jedes Produkt auswendig kennen, wissen genau, wo der Timecode ist, der Strichcode ist und alles sofort weiter, ist perfekt. So will man sein. Und das ist großartig. Und das brauche ich einfach. Ich brauche eine menschliche Maschine, wo ich auch als Einpackmaschine sofort andocken kann. Ich will nichts Menschliches, sondern ich will einfach eine Öse. Ich will eine Öse, wo ich mich einhaken kann, wo mein Zahnrad des Auflegens und Einpackens perfekt in das Zahnrad des Kassierens einschließt. Das ist eine gut geölte, gut geschmierte Verbindung, wo die Zahnräder einfach rattern, wo man einfach da durchballert. Das ist einfach zwei Maschinen, die sich annähern, die sich gefunden haben, die zusammengehören. Genauso wie es sein muss. Und so baller ich da einfach schön durch. Tatsächlich ein Traum von mir. Ich weiß nicht, das habe ich mich noch nie getraut zu tun. Ich habe mich das noch nie getraut zu tun. Aber es ist oft so, dass es ja Kassen gibt. Und dahinter ist ja der Bäcker. Bei mir ist es oft so, dass ich erst einkaufe und dann zum Bäcker gehe. Kann man auch darüber diskutieren. Können wir diskutieren. Wir haben Zeit. Können darüber diskutieren, ob das die richtige Reihenfolge ist. Aber was ich mir immer vorstelle, was ich eines Tages gerne tun würde, ist, ich stehe an der Kasse, sehe, beim Bäcker ist niemand. Und ich gebe dem Bäcker so... Die zeichen, was ich will, dann gehe ich sofort raus, am Bäcker vorbei, Bip, Tüte, raus. Das wäre perfekt. Das wäre genial. Wenn man das schon irgendwie könnte, wir brauchen einfach nur ein international anerkanntes System für Backwaren, Gebärdensprache. Wir müssen uns einfach einigen, dass es Weltmeisterbrötchen gibt. Ja, dann gibt es irgendwie Mohn. Mohnbrötchen. Bei Mohn sehe ich immer so... Mohn ist für mich immer so... Oh, ich... Oh, ich habe leider... Ich habe leider alles vergessen. Ich bin leider... Ich habe leider das nicht mitgenommen. Das ist für mich Mohn irgendwie. Sonnenblume ist so... Ey, Leute, ey, was geht? Mohn ist so... Nee, das möchte ich... Nee, ich gehe dann... Ich möchte dann doch wieder mich nochmal hinlegen. Nee. Ist das für mich Mohn? Sesam ist schon sehr... Sesam bin ich nie so richtig warm geworden mit. Sesam ist vielleicht einfach so eine Art... So eine Art Basis. So Sesam, glaube ich, da kann sich jeder drauf verständigen. Sesam ist einfach ganz klar. Sesam ist das, was irgendein genialer Mensch sich ausgesucht hat für... Was kommt auf Burgerbrötchen? Sesam. Basis. Grundlage. Grundlinie. Sind wir uns alle klar. Weltmeisterbrötchen. Mohn. Na, ich bin... Oh, jetzt hast du... Jetzt wegen mir bist du jetzt in der Verkehrskontrolle aufgehalten worden. Wenn man von mir zu viel isst, dann kriegt man einen Rausch sowie Heroin. Das tut mir leid. Ja, Philipp, wir sind wegen mir schon süchtig geworden. Ja, tut mir leid. Ich bin nur Mohn. Ich stelle mir Mohn vor in so einer Familie, wo du hast einfach Mohn, den kleinen Bruder. Und dann hast du den Bruder Heroin. Und dann hast du den Bruder Morphium. Und das sind die härtesten, abgefucktesten Typen. Und Mohn ist einfach so ein kleiner, schüchterner Typ, der aber leider einfach in dieser Familie drin hängt. Und so, ja, ich bin eigentlich nur für Brötchen. Und so für den Strudel. Aber, naja, man kann auch auf mir hängen bleiben. Und dann ist das Leben ruhig. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir einfach leid. Aber das versteht man als Bäcker schon, oder? Das versteht man schon. Mohn, das versteht man schon. Welches Zeichen für Quarktasche? Das ist ja klar. Tasche. Und dann Quark. Das ist ja Quark allgemein. Bei Quark brauchst du immer so wie so eine Basketballklaue. Quark ist eigentlich immer eher so eine... Das ist eher so eine Quarkklaue. Oder man... Quarktasche. Quark, Schnecke. Schnecke ist dann halt langsam, ist klar. Nussschnecke ist, ähm... Äh, Eichhörnchen. Nuss und dann Schnecke ist halt ganz langsam. Da muss man dann ganz langsam sein. Ist vielleicht so ein... So war es das vielleicht in der Richtung. Ich weiß es nicht. Gibt es einen Bäckerei-Verbund, dem man sich hier mal anschließen kann, wo man sagen kann, man findet irgendwas zusammen. Warte mal. Finden wir das? Gebärdensprache, Quarktasche. Also erstmal... Rebecca, Quarktasche ist schon mal der ersten Treffer, den wir haben. Rebecca, Quarktasche ist schon mal am Start. Sehr gut. Ah, Gebärdensprache, Tattoo, Piano. Sehr schön. Ich meine, die muss sich ja auch irgendwie vorstellen, wenn die mit Gebärdensprache zu tun hat. Gebärde für... Ach, Tasche. Das ist nur Tasche. Was ist Tasche? Ach, Tasche ist hier... Man hält die Tasche. Ja, aber was ist dann Tüte? Ja, sorry, aber was ist dann Tüte? Was ist der Unterschied zwischen Tasche und Tüte? Tüte? Es gibt keine Tüte? Tutorium. Das ist Tutorium? Ah, Leute. Sorry, aber das ist schon krass. Es gibt keine Tüte? Es gibt nur Tasche? Das ist schon interessant, ne? Welche Wörter man rauskürzt, wenn man wirklich sagt, Leute, wir haben nur zwei Hände. Wir müssen jetzt echt gucken, was nötig ist. Tasche? Aber was ist denn mit Beutel? Beutel? Ah, Beutel ist ein bisschen höher als Tasche. Ein bisschen höher. Ich stelle mir nur die tauben Zuschauer gerade vor, die sich denken, was, äh, was, worum geht's hier? Was ist hier los? Also, wir haben Beutel, wir haben Tasche, was mit Sack? Sack alleine gibt's gar nicht. Rucksack, ah ja, geil. Finde ich gut, gefällt mir richtig gut. Und dann Tasche, Beutel, Sack, Tragetasche. Koffer, 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 Koffer ist, äh, Koffer muss, oh, oh, okay. Jetzt kommt der Typ hier plötzlich rein. Ah, da ist er doch. Da ist er doch. Koffer, Beutel, Tasche, ist alles das Gleiche. Guck mal, wir lernen drei Vokabeln in Gebärdensprache an einem Tag. Warum kommt extra der Typ jetzt für Kofferraum? Ah, guck mal, das ist der Handwerkertyp. Kofferraum, okay. Brezel. Wie schreibt man Brezel? Brezel, Brezel, Brezel. Ähm. Ah, Brötchen. Ach komm, wirklich, das checkst du nicht? Brötchen? Ja, finde ich gut. Brötchen, vier. So, jetzt, jetzt wird's schwierig. Krr, Kro, 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 Kroisson, Kroisson, Le Kroisson. Okay, schwierig. Du musst auf den Mund achten. Okay, gut, also das heißt, du hast immer. Kofferraum, Koffer, na, okay. Aber eigentlich, ich weiß nicht, ob jemand bei euch bei einer Bäckerei arbeitet und da schon mal Erfahrung gemacht hat, dass Leute von der Kasse aus bestellt haben, weil ich finde, man muss das optimieren. Ich bin, ich bin auch jemand, ich sitze ohne weiteres einfach dreieinhalb Stunden zu Hause und starre auf ein Stück Butter, wie es schmilzt. Aber wenn ich im Supermarkt bin, dann will ich jede Minute perfekt durchoptimieren und effizient nutzen, weil je mehr Zeit du sparst, desto mehr Zeit kannst du verschwenden. Die Zeit, die ich beim Supermarkt warte, kann ich ja später nicht verschwenden, wenn ich es verschwenden will. So, das ist ja die Idee. Okay, wir sparen ja nicht Zeit, um weniger Zeit zu verschwenden, sondern um mehr Zeit verschwenden zu können, damit ich die Zeit verschwenden kann, das ist ja klar. Ja, Quark brauchen wir noch. Ja, aber guck mal, das ist die Quarkklaue, das habe ich gesagt. Du brauchst bei Quark, Quark hat immer so eine... Aber guck mal, Quark und Tasche sind sehr nah beieinander, ne? Also, das hat schon seinen Sinn. Tasche ist hoch und Quark... Das kann man, glaube ich, gut kombinieren. Quark, Tasche. Ich finde es auch so geil, dass es manche Wörter gibt, die nur eine Hand brauchen und eine andere, wo man zwei Hände braucht. Wo man sagt, so Freunde, jetzt brauchen wir... Jetzt brauchen wir beide. Aber manche Wörter kannst du auch schön nebenbei, während du eine Tasche hältst, kannst du schön sagen. Das ist schon geil. Kaffee? Ah, jetzt kommt der Typ hier. Ah, die Kaffeemühle. Die Kaffeemühle. Wahnsinn, ey, da sitzt ein Typ vor seinem Wandteppich und nimmt wahrscheinlich tagelang diese ganzen Wörter auf. Du hast eine Liste, sitzt den Tag lang da rum und bist irgendwie erst bei... Ähm... Agrarwirtschaft. Ah, ich bin erst bei Ag... Aga. Aga. Agave. Agave. Ich bin erst bei Agave! Oh, ich werde den Rest meines Lebens hier sitzen. Und der hatte irgendwann keinen Bock mehr und hat einfach gesagt, ähm, hier, was ist mit Regina? Regina kann den Rest übernehmen. Henrike Maria Bartsch. MP4-Datei. Ah, guck mal, das sind alle Wörter, die sie eingesprochen hat, oder wie? Das ist schon mal ganz gut. Okay, Luftpumpe. Wir machen jetzt eine neue Show. Errate die Gebärdensprache. Luftpumpe, was glaubt ihr, die ist Gebärdensprache für Luftpumpe? Ich glaube, wir haben alle ein Bild im Kopf. Wir schauen es uns mal an. Oh, okay, seitlich. Okay. Ich dachte, das ist der Pump it up. Aber das ist vielleicht schon TNT. Da manövriert man sich natürlich auch schnell in der Ecke, wenn man dann schon Dynamit verbraten hat und dann... Ach, die Luftpumpe. Die Luftpumpe. Die Luftpumpe. Das ist nörgeln. Würde ich machen. Ja, okay, gut. Das sieht schon cool aus. Das sieht schon cool aus. Mikrowelle? Ja, Mann! Mikrowelle in der Club. Was geht ab? Okay, das ist Wellekasten abgefahren, ey. Finde ich schon gut. Maus? Oh, einfach der Strich. Oder da sitzt halt gerade eine Maus hinter der Kamera und sie sagt, hier. Das da. Maus. Ja, Mann. Was ist NN? Ach, einfach der Buchstabe N? Warte mal, Nintendo? Okay, was ist Nintendo? Ah, okay. Das ist Nintendo. Nicht schlecht. Ja, wir machen Senf noch. Komm. Kann man auch... Ach so, ich dachte, ich kann suchen. F R Senf Oh, Alphabet. Echt, oder? Kann man das nicht mal... Serbien. LMN. Es gibt kein Senf. Es gibt nur Senden und Sendung und Sensibilität. Es gibt kein Senf. Sei mal bitte ruhig. Wie lautet sei mal bitte ruhig? Oh, ho, ho, hey! Geil. Finde ich sehr, sehr gut. Sei mal bitte ruhig. Das ist noch die höfliche Variante. Jupp. Jupp. Sehr gut miteinander auskommen. Cool. Sehr schön. Eigentlich eine coole Sprache, ne? Weil du kannst dich eigentlich dann auch automatisch mit allen in der ganzen Welt unterhalten. Oder gibt's da verschiedene? Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, es gibt verschiedene Gebärdensysteme, die sich irgendwie nicht einigen können. Und dann gibt's Gebärdenkriege und dann diplomatische Verhandlungen. Und dann gibt's irgendwie so im Ganzen eine komplette Parallelgeschichte nochmal von verschiedenen Grammatiksystemen und verschiedenen Gebärdensprachensystemen, die gegeneinander ankämpfen einfach. Es gibt auch verschiedene Blindenschriften. Oh Gott. Oh Gott, stell dir das vor, du versuchst irgendwie Harry Potter zu lesen und denkst dir, was? Warum immer Bordstein, Bordstein, links, rechts, Kakadu, Kaktus? Moment, was ist hier los? Was ist hier los? Okay, ich fang nochmal von vorne ein. Bordstein, Bordstein, Brennglas, 565, Kaktus, sind das irgendwelche Zaubersprüche? Was ist hier los? Und nach einer absolut frustrierenden Stunden-Session denkt man sich, ja scheiße, ich habe die falsche Blindenschrift-Version. Das ist ja nur Kauderwild. Ich fand das eigentlich Harry Potter. Weiß ich nicht. Ich fand den sehr komisch mit dem Albatross, wo der Albatross irgendwie dann komplett die Leiter hochsteigen wollte. Und dann gab es irgendwie dann nochmal irgendwas mit irgendwelchen flambierten Füchsen die ganze Zeit und so. Und irgendwie, keine Ahnung, fand ich es irgendwie ein bisschen. Harry Potter ist nie aufgetaucht, es ging nur um flambierte Füchse die ganze Zeit. Kann es sein, dass du die falsche Version gelesen hast? Ah! Weil manchmal passiert es ja auch bei Büchern, dass die Kapitel falsch angeordnet werden und das dann als Mängelexemplar verkauft wird. Und da muss es ja auch immer Leute geben, die das lesen und sich denken, was? Erst war er im Gefängnis und jetzt ist er 10 Jahre alt? Der war dann mit 8 im Gefängnis oder was? Und hat da... Was? Aber so bin ich auch bei jedem Film. Ich gehe aus den meisten Filmen raus mit einem... Was ist da? Da war der Löwe am Anfang und dann... Was? Und dann so... Das waren die Studio-Logos. Ach so, okay. Und der Text am Ende irgendwie kamen gar nicht die Credits. Ach, vergiss es. Ich war schon lange nicht mehr im Kino. Ich glaube, ich könnte mittlerweile keinen Film mehr sehen. Ich wäre einfach völlig überfordert. Hörbuch auf Schaffel. Oh ja. Hörbuch auf Spotify im Schaffel. Ah, das ist ausgestattet. Ich habe mal auch gehört, dass jemand eine komplette Folge BoJack Horseman auf Deutsch gesehen hat als Amerikaner und halt dachte, das sei der Gag. Das sei der Gag der Folge. Dass es halt eine andere Sprache ist und dass sich das irgendwann auflöst oder so. Nein. Er hat eine komplette Folge gesehen und kein Wort verstanden. Aber das finde ich immer sehr schön. Oder jemand hat mal, glaube ich, einen Film von Nicholas Winding-Raven gesehen. Der ist bekannt dafür, dass er so ein bisschen exzentrischeren Stil hat. Und da gab es eine Bildtonschere. So von einer Minute oder so, wo der Text dann immer nach dem Bild kam. Und der hat sich das 20 Minuten lang angeschaut und dachte, okay, interessante Stilwahl. Hm, okay, interessant. Wo will er damit hin? Nee, stellt sich raus, das Kabel war falsch. Ah, großartig. Großartig. Bibelhörbuch auf Schaffel, total unlogisch. Erst stirbt der Typ, dann lebt er wieder. Ja, das stimmt. Ich glaube, das kann sogar richtig gewesen sein, Tron Bookla. Aber auch sehr merkwürdig. Er stirbt da, dann lebt er, dann läuft er über Wasser. Dann stirbt er wieder, dann lebt er wieder. Hin und her. Nee, das ist genau so, haben wir uns das gedacht. Achso. Weißt du. Verstehe ich schon. Was ist denn so ein Wort, wo man offensichtlich denkt, man könnte das, man könnte das darstellen? Sowas, ja, Huhn? Oder so Laufen? Oder sowas in der Richtung? Ich fand schon Luftpumpe, fand ich eigentlich genial damit. Aber geht nicht. Suppe finde ich ein gutes Wort, zum Beispiel. Suppe finde ich gut. Suppe ist eigentlich klar. Halt einfach so Löffel, ne? Löffel oder Essen allgemein. Ja, Mann! Guck mal, genau das ist Suppe. Genau das ist Suppe. Absolut genailed. Absolut richtig. Symmetrisch. sehr gut, sehr gut, sehr gut, finde ich gut. Stopp. Ah, Stopp ist Heimat. Okay, da musst du natürlich gucken. So, und dann ist natürlich immer, und natürlich, Leute, natürlich wollen wir nicht in Klischees denken. Es ist doch völlig selbstverständlich, dass unterschiedliche Menschen selbst im gleichen Land ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Ist doch völlig klar. Wir wollen nicht in Schubladen denken. Wir wollen Leute nicht in irgendwelche dummen, veralteten Klischees einordnen. Völlig selbstverständlich. Es sei denn, wir machen eine Gebärdensprache. Dann kommen alle Klischees raus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was man zu Schweiz sich hat einfallen lassen. Ah, okay, das Kreuz. Das finde ich noch geil. Das Kreuz finde ich sehr gut. Aber es gibt durchaus ein paar harte Klischees. Was ist denn eigentlich Deutsch? Ah, Vollidiot, okay. Oder was soll das sein? Pickelhaube? Warum ist das Deutsch? Mensch, das könnte, ist das die Pickelhaube? Deutschland? Hm. Was ist das, Deutschland? Ich weiß es gar nicht. Okay, lass uns mal gucken. Also jetzt mal wirklich ganz offen, gehen wir mal rein nach Frankreich. Was macht denn so Frankreich aus? Was ist das? Was ist Frankreich? Man zieht sich einen Pfeil aus der Brust? Was ist das? Man zieht die weiße Flagge aus der Tasche oder was? Oh, ich hatte einen harten Guess für Italien. Okay, wir können gerne auch mal Italien durchgehen. Was ist... Guck mal, wahnsinnig wenige Wörter mit I. Ähm. PQRST, Italien. Okay, Italien. Bin gespannt. Ist das so ein Baguette? Was soll das sein, Italien? Stiefel? Der Stiefel! Oh, ihr seid ja genial. Stiefel finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Stark. Okay, wir gehen noch... Wir gehen noch in Albanien rein. Oh, die haben so einen Adler, ne? Albanien? Okay, gerade noch mal Glück gehabt. Und gerade noch mal Glück gehabt. Was ist mit Belgien? Belgien. Die haben... Die haben was im Gesicht? Belgien? Wahrscheinlich hat das alles... Das alles Schokolade an der Backe. Ja, kann auch gut sein. Kann richtig gut sein. So, jetzt bin ich mal gespannt auf China. Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Das hätte auf jeden Fall, was Klischee-Sachen angeht... Schwieriger sein. Mayo an der Wange. Ein gesamtes Land von Belgien hat Mayo an der Wange. Ach, Belgien, ihr seid doch die mit Mayo an der Wange. Mein Gott, ich hatte einmal Mayo an der Wange. Ja, okay. Und dann haben die ein Bild gemacht für National Geographic. So, jetzt ist mir tatsächlich hier eine Fliege in den Kaffee geflogen. Ist tatsächlich wahr. Es ist hier tatsächlich eine Mücke im Kaffee, weil er so köstlich ist. Weil er so köstlich ist. Oh, sie lebt noch. Sie lebt noch. Flieg! Oh, nein. Hier ist ein Taschentuch. Er schafft das. Er schafft das. Jetzt kann natürlich... So ein bisschen wie Obelix, ne? Obelix, der einmal in den Zaubertrank gefallen ist. Genau wie die Fliege, die jetzt einfach immer Kaffeekräfte hat. Sie ist einfach immer hellwach. Einfach komplett hellwach. Obwohl Fliegen, habe ich das Gefühl, schon gut aktiv sind. Also ich habe bei Mücken selten das Gefühl, dass die so... Hi, was geht? Hallo. Ja, okay. Kann ich nicht stechen kurz? Und so, hey, Mücke, was ist los? Ach, ich weiß nicht. Heute ist irgendwie... Aber ist irgendwie blöd. Keine Ahnung. Ich habe nur noch einen Tag zu leben. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe sechs Millionen Kinder und... Ja, weiß ich nicht. Ist halt stressig zu Hause. Keine Ahnung. Stressig zu Hause. Und dann musst du halt immer durch die Gegend fliegen. Weiß nicht. Ja, das ist ein blöder Tag. Ja, ich weiß. Einen Tag fliege und dann ist der Tag schlecht. Ist blöd. Aber es ist halt einfach... Keine Ahnung. Jeder hat halt immer einen schlechten Tag. Und bei mir ist es halt dann das gesamte Leben halt. Ja, okay. Gut. So. Toll. Naja. Naja. Gut. So. Lässt du mich raus? Warum kann ich nicht raus? Die ist doch draußen. Warum kann ich nicht raus? Was ist das? Warum kann ich nicht raus? Was ist das? Warum kann ich nicht raus? Da ist doch draußen. Warum kann ich nicht raus? Und das ist das gesamte restliche Leben dieser Armfliege. Fliegen habe ich das Gefühl, sind schon eher so... Leute, los geht's. Wir haben einen Tag. Auf geht's. Los geht's. Kein Smalltalk. Direkt. Let's go. Und dann los geht's. Stimmt es wirklich, dass sie nur einen Tag leben? Das ist doch Quatsch, oder? Geht es jetzt so Mücken oder Fliegen? Mein Gott, Eulenkotze. Kein Mensch kennt den Unterschied. Zwischen Mücken und Fliegen, das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Geht es jetzt so Mücken oder Fliegen? Ey, das ist wirklich einfach dasselbe. Für mich ist das wirklich einfach dasselbe. Und ich wäre nicht überrascht, wenn die Biologie mir bald Recht geben würde und wir bald eine Schlagzeile sehen würde. Stellt sich raus, Mücken und Fliegen sind das Gleiche, aber nicht dasselbe. Hahaha, Eulenkotze. Bist du auch so jemand, der sagt, reden wir jetzt über das Gleiche? Oder reden wir jetzt über dasselbe? Weil eigentlich ist das nämlich das Gleiche, aber nicht dasselbe. Weil dasselbe und das Gleiche ist eigentlich unterschiedlich, weil es ist sozusagen identisch mit dem und sozusagen im Fliegen. Fliegen ist das Gleiche, also alle Fliegen. Und da habe ich ja mal nämlich die perfekte Lösung gelernt. Wenn jemand so was pedantisch einfordert, Flügen oder Mücken, dann kann man immer was ganz Schlaues sagen, nämlich alle X sind Y, aber nicht alle Y sind X. Und es klingt immer schlau. Naja, alle Fliegen sind Mücken, aber nicht alle Mücken sind Fliegen. Danke Leute, macht's gut, ciao. Und die Leute applaudieren und wow. Und denken eigentlich darüber nach, ob das nicht kompletter Bullshit war, was du gerade gesagt hast. Wow, du bist so schlau. Du bist so schlau. Deswegen hier ein Tipp für Leute, die schlau wirken wollen und es nicht sind. Sag einfach, benutze einfach diese Struktur. Benutze einfach diese Struktur. Wenn dir jemand die Frage stellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zitronen und Limetten? Sag, naja, alle Limetten sind Zitronen, aber nicht alle Zitronen sind Limetten. Ciao Leute, macht's gut, ich bin raus. Ciao. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Setzen Sie sich hin. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wunderbar. Ist gar nicht nötig. Ach Quatsch, es ist was. Blumenstrauß. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Tschüss. Und irgendwann drei Tage später sitzt man dann so bei einer Tasse Kaffee und denkt sich, Moment mal, alle Zitronen sind Limetten? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Komplett, der Quatsch. Ich hab dem ja völlig umsonst zugejubelt. Ich hab geschrien und geklatscht und gejohlt und gejauchzt. Hurra, hurra, Hussar geschrien, aber das ist eigentlich vollkommener Unsinn. Und deswegen ist Kaffeetrinken so wichtig, weil man auch mal zur Ruhe kommt. Weil man auch mal in sich kehren kann und einfach mal merken kann, sag mal, ich mach schon echt viel Bullshit. Also ich mach auch schon echt viel falsch, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Die meisten Entscheidungen, die ich treffe, sind sehr schlecht. Sehr schlecht. Eigentlich die schlechtestmögliche Entscheidung, die man treffen könnte, ja. Eigentlich hab ich jede Entscheidung in meinem Leben maximal schlecht entschieden. Außer die Wahl meines Kaffees. Vielleicht sollte man auch nicht zu viel nachdenken, ne? Vielleicht auch einfach mal, vielleicht auch nicht zu viel. Vielleicht auch nicht zu viel. Warum hat man nicht Vögel fliegen genannt? Vögel fliegen ja auch. Das stimmt. Vielleicht wurden Fliegen in Vorvögeln entdeckt. Und da hat man sich gesagt, geil, die können fliegen. Und dann kam ein Vogel und dachte man, ja, okay, du heißt dann halt irgendwie anders. So, genauso wie man erstmal den Bären entdeckt hat und dann kam der Ameisenbär und man sagte, nee, du bist der Ameisenbär. Man hätte ja auch erst den Ameisenbär entdecken können und hätte mal gesagt, du bist der Bär. Und dann kommt das Tier, das wir als Bär kennen und dann sagt man, ja, du bist halt der Flachschnauzenbär. Du bist halt der Bär, der keine Ameisen isst. Du bist der Nicht-Ameisenbär. Und dann denkt man sich auch, ja, Mann, warum haben die mich jetzt nicht zuerst gesehen? Die anderen kriegen immer die coolen Namen. Die anderen kriegen immer nur die coolen Namen. Naja. Was bin ich schon, Ameisenbär. Ich mag Ameisen gar nicht so gern. Die sind schon gut. Die sind schon gut. Die sind schon lecker. Aber ich esse jetzt auch nicht so viele Ameisen. Habt ihr eine Ahnung, wie das nervigt, dass es Ameisen zu essen? Ja, die krabbeln dann im Hals rum die ganze Zeit und hustest du da einen ab? Nährstoffe haben die auch nicht. Ich esse gerne auch mal einen Käsekuchen. Also so ist es ja nicht. Die Leute nennen mich nicht Käsekuchenbär, sondern Ameisenbär. Mein Gott, weil ich halt einmal, ja, vielleicht mit der Schnauz zu tief im Ameisenhügel war. Ja, okay, gut. Das war ein blöder Moment. Aber ich finde es auch blöd, jetzt wirklich wegen diesem einen Moment, mich über Jahrhunderte hinlang Ameisenbär zu nennen. Ich mag Käsekuchen, ich mag Kirschkuchen, ich mag einen schönen Sauerbraten. Ich mag eine nette Quiche. Esse ich alles gern. Ja, kein Problem. Ja, esse ich ja. Ja, oder so ein herrliches Kirschgelee oder sowas. Das ist doch köstlich. Lecker gerne. Aber warum denn nur Ameisenbär? Warum werde ich denn darauf reduziert? Verstehst du? Was soll das denn? Warum muss es denn wirklich auf sowas reduziert werden dann letzten Endes? Finde ich blöd. Finde ich blöd einfach. Finde ich richtig blöd. Und die Klapperschlange so, ja, da kannst du mir auch mal erzählen. Ich habe viele Eigenschaften. Ich habe viele Eigenschaften. Ich klapper nicht nur, okay? Es ist nicht nur, dass ich klapper, okay? Ja, ab und zu klapper ich. Ja, mein Gott. Wer klappert nicht ab und zu? Ab und zu klapper ich halt mal. So eine Selbsthilfegruppe der Tiere. Ja, manchmal halt, ja. Ja, es ist überdurchschnittlich viel Geklapper. Okay, ja, das gebe ich euch ja. Das gebe ich euch ja. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich nur klapper. Ich mache halt auch viele unterschiedliche Arten von Musik. Ich mache Reggae. Ich mache Ska. Also ich mache auch viele andere Sachen. Irgendwie auch so ein bisschen so Weltmusik. Auch mal irgendwie so über den Tellerrand gucken. Und ich weiß nicht. Geklapper, finde ich, klingt auch ein bisschen abwertend, mal um ganz ehrlich zu sein. Finde ich auch so ein bisschen blöd. Und dann so daneben sitzt die Honigmelone. Ich meine, ich schmecke nicht mal wie Honig, ja? Sorry, aber, also, das finde ich ja auch Quatsch. Ich meine, sorry. Aber Wassermelone und Honigmelone, die Wassermelone schmeckt nicht nach Wasser, die Honigmelone schmeckt nicht nach Honig. Was ist denn da los? Ich meine, eigentlich sollte Honig Melonensaft heißen. Melonennektar so. Die Bienen sammeln ihr Melonensaft. Honigmelone, was soll das denn sein? Die meisten Leute mögen Honig gar nicht mal so sehr. Und deswegen essen sie mich nicht. Dabei schmecke ich richtig gut. Ich finde, ich habe einen sehr vielseitigen, reichhaltig textualisierten Geschmack. Also mit Schichten. Mein Geschmack hat Schichten. Es ist nicht nur Honig. Es ist wirklich nicht nur Honig. Wirklich. Furchtbar. Ich wünschte, ich hätte eine Melone in Euro. Okay. Ich glaube... Ich will euch nicht bestrafen. Aber wir holen uns mal die Melone. Melodie. Iiii. Ui. Es gibt keine Melone. Okay. Erstmal holen wir uns mal was Leichtes ab. Melken. Erstmal holen wir uns schön mal Melken ab. Einfach mal auf dem Weg. Als Snack. Ja, ja, nice. Genauso muss es sein. Wunderbar. Sehr schön. Meinem Bruder wurde der Name Tom gegeben. Hm. Ah, er wäre Belgier. Sorry, Tom ist Belgier. Nochmal. Tom ist Belgier. Dein Bruder ist Belgier. Oder er kommt aus Belgien. Sag mal, wir kriegen keine Melone, oder was? Melodie. Melancholie. Nicht Melonkolie. Finde ich, kann man auch mal ein Wort einführen. Dafür, wenn man sich einer Melone überfressen hat. Ah, Meteorit finde ich auch geil. Ich fände es so geil, wenn alle Begriffe so sind und dann Meteorit ist so Das ist dann so die Gebärdensprache für Meteorit. Oh, komm, das ist ja nichts. Oh, das ist doch nichts. Wie, der soll so winzig klein sein? Ach, nee. Ey, Meteorit verdient nicht meine zweite Hand. Ich will... Und die Dinosaurier laufen weg. Und dann machen wir... Das muss Meteorit sein. Kann man da Vorschläge machen oder sind die durch einfach? Die Finger sind der Schweif. Die Finger sind der Schweif. Okay, dann ist es ganz geil. Muschel. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Münze. Muschel. Ja, auf damit. Ja, rauf. Sehr gut. Oh, oh, Mücke hatten wir heute auch. Ah, sticht. Ja, okay, sticht. Aber wir haben keine Melone. Wir haben keine Melone. Irgendjemand muss da am Hebel sitzen und entscheiden, ah, hier. Das ist dann irgend so ein Typ, der da im Headquarter sitzt und sagt, Melone brauchen wir nicht. Weg. Next. MP3-Player. Komm, mach mal eine. Was haben wir hier? Biene. Nee, brauche keine Biene. Beutel. Ja, mach einfach Tasche nochmal. Kein Problem. Ich habe schon einen guten Job. Schon wirklich einen guten Job. Chef, wir haben Platz für vier Tiere, die wir verarbeiten können in Gebärdensprache. Welche Tiere sollen es sein? Äh, Mücke. Muschel. Leguan. Ich schwanke zwischen Blindschleiche Karpfen. Wir nehmen Karpfen. So, ich mache jetzt Feierabend, Leute. Tschüss. Ich bin jetzt raus. Ich hätte gern so einen Entscheiderberuf. Ich hätte gern so einen Beruf, wo ich einfach an so einem Schreibtisch sitze und Leute kommen und wollen eine Entscheidung und ich mache dann die Entscheidung. Ich glaube, das würde mir auch helfen, bessere Entscheidungen zu fällen. Wenn ich einfach hier sitze und die Leute kommen und sagen so, ja, sollen wir lieber viele niedrige Häuser oder wenige hohe Häuser bauen? Und ich sage so, wenige hohe Häuser. Okay, alles klar. Machen wir. Tschüss. Next. Sollen wir mehr Freibäder machen oder mehr Hallenbäder? Hallenbäder. Hallenbäder. Definitiv. Ist klar. Ja. Sollen auf den Speisekarten von Pizzerien eher weniger Pizzen zur Auswahl sein oder mehr Pizzen zur Auswahl? Oh, das ist schwer. Oh, das ist schwer. Hm. Weil manchmal, ja, das ist schwer. Manchmal ist man ja in der Pizzeria und es gibt zu viel Auswahl und dann überlegt man und dann hat man das Gefühl, man hat die falsche genommen und da sind teilweise auch Pizzen drauf, wo ich mir nicht vorstelle, dass jemand nehmen wird. Eigentlich braucht man nicht so viel Auswahl. Man braucht nicht so viel Auswahl. Weniger. 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 Ja. So. Nächster. Ähm. Wir wollen die Schokokusspackungen ändern. Wollen wir sie lieber noch länger machen? Noch. Also einmal zwölf. Oder lieber rechteckiger viermal drei. Das ist einfach viermal drei. Kein Problem. Next. Komm, wir kommen heute durch. Wir kommen heute durch. Äh, wir haben hier einen neuen Vogel. Wie soll er heißen? Wie sieht er denn aus? Ja, der hat halt, ähm, so bunte Federn auf dem Kopf. Bunte Federn auf dem Kopf. Mhm. Äh. Wockler. Okay. Gut. Wockler. Next. Ja, was ist denn? Was ist? Es ist erst neun. Oh, okay. Es ist erst neun. Alles klar. Äh. Ja. Was denn? Wollen wir... Wollen wir mehr kurze Filme? Wisst ihr was? Das ist mir egal. Würfel das aus. Mir ist scheißegal. Einfach. Ja, Wockler, Vogel des Jahres. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Ich will einfach jemand sein, der die neuen Vögel benennt. Oder die neuen Tiere. Wir haben hier so einen Fisch, ähm, äh, gefunden. Der hat so bunte Streifen auf der Seite. Okay, welche Farbe? Orange. Orange. Kropfe. Okay. Wir haben so ne Schlange gefunden. Die hat so ne... So ein Spiralmuster der Schlange entlang. Aha. Äh. K... Kri... Äh. Frem... Fremd. Fremd. Fremdschlange. Ja. Äh. Wir haben neun Koala-Bären gefunden. Der wurde von Herrn Doktor Griebelstein. entdeckt. Ach, Griebelstein. Ja, der schon wieder. Neun Koala-Bär. Was macht der so? Ja, der frisst hauptsächlich so die Blätter ganz oben im Baum. Ganz oben im Baum. Hoch. 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 Baum. Hoch. Äh. Fremdler. Fremdler. Ja. Fremdler. Das ist gut. Kann ich als Tag machen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, genau. Dann brauchen wir noch eine Entscheidung. Wie schreibt man googeln? Googlen. Oder googeln. Tja, also entweder eins googeln oder zwei googeln. Ähm. Boah, schwer. Weitgreifende Entscheidung. Entschuldigung. Ich würde sagen... Zweitens. Googeln. Gu... Google... Ach nee, googeln. 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 Googlen. Googlen. Nee, eins. Eins googeln. Googlen. Aber man könnte natürlich auch drei... Gu... Gnell. Wir haben E zuerst. Wir haben L zuerst. Goog... Google. Google. Gungle. Googling. Man braucht gar kein E. Googlen. Googling. 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 Gucken einfach mal, was Google selber dazu sagt. Einfach mal selber fragen. Guck mal hier. Laufwerk öffnen. Gibt es in C, beziehungsweise nett, einen Befehl, um das Laufwerk zu öffnen? Ich weiß es nicht 100%, aber denk mal WMI sollte es gehen. M, F, G. Gut. Hab's gleich ausprobiert und es geht. Danke. Guck mal, das ist doch mal das Internet. Dafür wurde das Internet kreiert, dass Menschen zusammenkommen und der Master Chief und Mipa Ak hier einfach mal zusammenkommen. Sehr schön. Was haben wir sonst? Rätselcontest. Ah, also, um die Regeln zu verdeutlichen. Eine Saison endet mit zwölf Runden. In jeder Runde gibt es eins von meinen Rätseln zu knacken. Die Punkteverteilung sieht so aus. Erster Platz fünf Punkte, dritter Platz drei Punkte, dritter Platz eins. Punkt. Wer nach einer Saison Punktführer, also Chip-Leader ist, darf sich bis zum Ende der nächsten Saison Chip-Master nennen und es in die Signatur schreiben. Okay. Also, erste Saison, erstes Rätsel. Eine Mörderin erschießt ihr Opfer wie vorgesehen. Trotzdem ist sie anschließend sehr erstaunt, dass es auch wirklich stirbt. Googlen verboten, wer es schon kennt, bitte enthalten. Ich würde natürlich schon sehr gern Chip-Master heißen. Eine Mörderin erschießt ihr Opfer wie vorgesehen. Trotzdem ist sie anschließend sehr erstaunt, dass es auch wirklich stirbt. Wie wichtig ist, dass es eine Frau ist? Eine Mörderin? Also erschießt... Hat das was mit Erschießen zu tun, dass sie ein Foto macht oder was? Sie erschießt ihr Opfer wie vorgesehen, dass es auch wirklich stirbt. Da kann... Ja, irgendwie sowas wie... Entweder sowas wie eine kugelsichere Weste oder so. Hier, probier mal die kugelsichere Weste an. Ich erschieß dich und dann war die Weste gar nicht kugelsicher und dann stirbt die Person und jemand hat einfach die kugelsichere Weste ausgetauscht gegen eine nicht kugelsichere Weste. Oder es war... Sollte nur eine Schreckschusspistole sein und sowas. Oder... Ja, Chatschreib-Theater-Film oder sowas finde ich gut. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Kenne ich schon. Darf man Fragen stellen? Ich habe keine Ahnung, ob sowas vorgesehen wurde. Ja, aber bitte nur PM. Es gibt inzwischen den Gewinner. Sumahel und Thomas der Haundle. Haundle. Wo ist die Lösung von Annoest? Wo ist die Lösung? Warum ist sie erstaunt, dass er stirbt? Nein, hier ist Ende! Nein, das kann nicht sein, oder? Es gibt noch eine... Hier ist wirklich einfach Ende? Hier ist Ende? Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Was ist das Rätsel? Ich frage... Nein! Sag mal, es gab nur einen Gewinner und der Sumahel dürfte sich dann Chipmaster nennen. Bis heute. Das erste Rätsel der ersten Saison wurde noch nicht mal richtig beantwortet oder aufgelöst. Übrigens, wir sind hier in einem Anno-Forum. Man nur so ganz am Rande. Falls ihr euch fragt, auf welchem Spielfeld befinden wir uns hier gerade, wir sind im Anno-Forum. Ach komm, das ist aber schon hart. Warte, wir copy-pasten das einfach mal. Black Stories. Okay. Hier. Die Mörderin erschießt ihr Opfer wie vorgesehen. Trotzdem ist sie anschließend sehr erschrocken, dass es auch tatsächlich stirbt. Es ist ein Theaterstück! Und die Platzpatrone wurde durch eine echte Patrone ausgetauscht. Hier. Spielt ihr eine Rolle in einem Film? Beim Dreh hat aber leider jemand die Platzpatrone gegen eine echte vertauscht. Also Mörderin ist einfach nur eine falsche Fährte, oder? Einfach nur egal. Theaterstück. Wo ist meine kugelsichere Weste-Lösung? Ich will, dass meine Lösung auch stimmt. Wo? Lösung es sind Zwillinge ist auch immer die schlimmste Lösung für alles. Ich hasse diese Art von Rätsel. Ich hasse es, wirklich. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Es ist das dämlichste, bescheuertste Art, Rätsel zu stellen. Ist dieses, oh, an welche Lösung denke ich gerade? Ah ja, okay. Äh, warte mal. Kugelsichere Weste. Ah, shit. Oh, oh, wo sind wir gerade? Oh, ich lade Sachen runter. So, jetzt sind wir hier. Studia aus Triaka. Zeitgeschichte im Text. Ödön von Horvaths, Jugend ohne Gott. Neue Blicke auf einen bekannten Text. Guck mal, das werde ich mir gleich mal reinlesen. Wir sind hier auch. Bei Alarm für Cobra 11. Bomben bei Kilometer 92. Rote Rosen, schwarzer Tod. Mord und Totschlag. Tod bei dem 100. Was für eine Autobahn-Polizei nicht so schnell ist, muss man sagen. Falsches Blaulicht. Der Samurai. Ah, das war fantastisch. Wie man einfach sieht, wie viele Folgen haben die ursprünglichen Ideen der Autoren gehalten. Ich würde sagen, bis Folge 7 und dann schon, ja, fuck it. Äh, Samurai, der Ninja, der Wehrwolf, der Vampir. Ausgesetzt. Kaltblütig. Ah, Staffel 2 hat nur ein Worttitel. Okay. Shotgun. Notlandung. Das Attentat. Die verlorene Tochter. Man hat es dann doch nicht ganz durchgezogen. Season 3. Crash. Generalprobe. Anscheinend fangen sie Staffeln immer an mit ein Titel folgen. Und dann ändert sich das aber. Kindersorgen. Bremsversagen. Rache ist süß. Na, oder für die 5 ist ein Ausreiter. Raubritter. Sonnenkinder. Tödlicher Ruhm. Volley-Stop. Kurze Rast. Leichenwagen. Gift. Zwischen den Fronten Schnäppchenjäger. Fauli Äpfel. Schlag zu. Ein Leopard läuft amok. Ein Panzer? Ein Leopard-Kampfpanzer wird aus einer Kaserne gestohlen. Der unbekannte Fahrer erreicht in einer Amokfahrt die Autobahn und walzt alles rücksichtslos nieder, was sich ihm in den Weg stellt. Alle Versuche, den Panzer zu stoppen, misslingen. Schnell gelingt es der Polizei, den Fahrer zu identifizieren. Am Steuer befindet sich der Offizier Gerd Bausching. André und Semir versuchen ihn aufzuhalten, um ihm reden zu können. Doch wie hält man einen Kampfpanzer mit einem herkömmlichen Auto auf? Er walzt ja alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt. Nach einer atemberaubenden Irrefahrt bemerkten. Warum? Auf der Autobahn? Wir merken André und Semir, dass sich der Offizier auf dem Weg zum Gefängnis befindet, in dem der Bankräuber Hubert Neubehr sitzt. Bei den Nachforschungen, was der Offizier dort will, erfahren sie, dass Hubert Neubehr eine langjährige Strafe absitzt. Er hat einen Bankraub begangen, bei dem es eine Tote gab. Vor genau einem Jahr hat Neubehr bei einem Überfall Bauschings kleine Tochter erschossen. Bausching, der vor dem Gefängnis angekommen ist, gibt einen Schuss auf das Gebäude ab und fordert, dass Neubehr an ihn ausgeliefert wird. Durch den Schuss wird die Zelle des jungen Gefangenen Jan Ecker getroffen, der genau heute entlassen werden soll. Jan ist verschüttet und das Haus droht über ihm einzustürzen. Ende. Ah, fantastisch. Ah, großartig. Nicht schlecht, aber ist schon geil eigentlich. Einfach packst du den Panzer und fährst den ganzen Tag über Auto drüber für die Filmproduktion. Aber merkt schon, Season 5 wird schon ein bisschen haariger. Wir skippen mal in Season 40. Der Plot wird langsam kürzer. Bei der Festnahme von Diana Engels, einer Mordverdächtigen, bekommen Semi und Paul Zweifel. Sie nehmen daraufhin Dianas Ehemann unter die Lupe. Oh, Operation Midas. Während Paul und Jenny eine Geldübergabe zwischen Gangstern vereiteln, wird die Dienststellensekretärin Susanne entführt. Ein Albtraum beginnt, denn die Kidnapper bedrohen auch ihr Kind. Ach, großartig. Ich meine, sorry, aber nach 46 Staffeln bist du einfach durch. Was war die letzte Folge? Schutzlos. Ich glaube, es gab kein wirklich großes Ende, ne? Ihr riskiert dabei alles. Ey, Wahnsinn. Sehr schön. Leute, falls ihr jetzt Bock habt, nochmal komplett alle Folgen Autobahnen, Alarm für Cobra 11 durchzuballern. Ich möchte nicht die Person sein, die euch aufhaltet. Es könnte sein, dass es Leute in eurem Alltag gibt, die euch versuchen aufzuhalten. Aber ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich bedanke mich, dass wir hier mal kurz zusammenkommen könnten. So ein bisschen mal so ein bisschen wieder austauschen konnten. Und schauen könnten, was wir hier alles so zu besprechen haben. Meine Reise mit dem herrlichen schwarzen Saft Kaffee wird weitergehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Schlürf, Schlürf. Und bis dahin, habt noch einen schönen Abend. Haut rein. Guten Morgen. Bis zum nächsten Mal. Und wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es weiter mit WoW Hardcore, was heute natürlich auch noch ansteht. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank an Chibo. Black and White. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.